Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Mündner Maximilianeum, in der es heute um eine in absolut jeder Hinsicht unerfreuliche Frage geht, nämlich um diejenige vom Thomas aus Ingolstadt, der die aktuelle Maskenaffäre, die zwischenzeitlich ja auch den Bayerischen Landtag erschüttert hat, zum Anlass nimmt, um bei mir nachzufragen. Erstens, hängt ihr freien Wähler da auch mit drin? Zum Zweiten, was haltet ihr von dem, was da passiert ist? Und drittens, was wollt ihr unternehmen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann? Ja, lieber Thomas, zur ersten Frage, hängt ihr freien Wähler da auch drin? Ich bin geneigt zu sagen, selbstverständlich nicht. Unser Fraktionsvorsitzender Florian Streibl und ich als parlamentarischer Geschäftsführer haben das Unfassbare, was da zutage getreten ist, zum Anlass genommen, eine Ehrenerklärung aller Mitglieder unserer Fraktion, sowohl der Staatsminister und Staatssekretäre, als auch der Kollegen hier aus dem Bayerischen Landtag einzufordern. Und wir haben sie in Rekordzeit binnen 24 Stunden bekommen. Alle 27 Abgeordneten der Freien Wähler haben selbstredend nichts mit einer solchen Provisionsnahme aus der Not der Menschen in dieser Corona-Pandemie am Hut. Ganz im Gegenteil, wir haben das letzte Jahr sehr intensiv darauf verwendet, alles in unserer Macht stehende zu unternehmen, damit diese Krise gut bewältigt werden kann und ganz sicher nicht diese Krise dafür ausgenutzt, um persönlich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Zum Zweiten, und das ist damit schon eng verwoben, was halten wir von dem, was da passiert ist? Ich sage dazu, mutmaßlich passiert ist. Ganz ehrlich, wenn sich das bewahrheiten sollte, was jetzt in Rede steht, nämlich dass einzelne Mitglieder des Deutschen Bundestags und womöglich sogar ein Mitglied des Bayerischen Landtags die größte Herausforderung der Nachkriegszeit, die Corona-Krise, dafür missbraucht haben, Geschäfte zu machen und Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften, dann ist das einerseits persönlich mehr als schäbig, zum anderen, und das ist noch viel schlimmer, bringt aber das mutmaßliche Fehlverhalten einiger weniger. Eine ganze Berufsgruppe, uns alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Verruf, unsere ganze Demokratie, die Politik in Verruf und das ausgerechnet jetzt in einer Zeit, in der wir angesichts von Corona so stark wie noch nie darauf angewiesen sind, dass die Menschen der Politik vertrauen, das ist Gift für unsere Demokratie und war ein absoluter Super-GAU mithin das Schlimmste, was passieren hätte können. Was unternehmen wir Freien Wähler, damit so etwas nicht mehr passieren kann? Naja, ehrlich gesagt, hätte es dazu die Maskenaffäre gar nicht gebraucht, denn ich habe persönlich gemeinsam mit Landtagsvizepräsident Alexander Holt bereits den Lobbyskandal um den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor im letzten Jahr zum Anlass genommen, um das Thema Lobbyregister, das eine uralte Forderung von uns Freien Wählern ist, schon seit wir hier im Parlament sind und an der sich nichts verändert hat, seit wir Teil der Staatsregierung sind, wieder auf die Agenda unserer Bayern-Koalition zu heben. Und ja, wir haben dafür schon im Januar, also völlig unabhängig von den aktuellen Erkenntnissen zur Maskenaffäre, einen Gesetzesentwurf zur Abstimmung für die Einführung von einem solchen Lobbyregister bei unserem Koalitionspartner vorgelegt. Es ist leider kein Geheimnis, dass wir in der Umsetzung bislang an den Widerständen unseres Koalitionspartners gescheitert sind. Und umso mehr bin ich froh, dass wir jetzt Rückenwind erhalten, Rückenwind auch von prominenter Stelle auf Seiten der CSU, dass Landtagspräsidentin Ilse Aigner jetzt die Pferde gewechselt hat, sich auf die Seite von uns Freien Wählern geschlagen hat und jetzt auch ein Lobbyregister, auch schärfere Transparenzregeln für die Abgeordneten fordert. Und wir hoffen sehr, dass es uns mit ihr gemeinsam jetzt gelingt, auch die Mehrheit der CSU-Fraktion von denjenigen Vorstellungen von Transparenz zu überzeugen, die wir Freien Wähler schon immer hatten. Wir haben diesen Gesetzesentwurf heute auch schon, und das sage ich, um einen mit einem erfreulichen Anlass zu schließen, bei unserem Besuch aus Rheinland-Pfalz den Kollegen mitgegeben. Wir Freien Wähler sind ja am Sonntag fulminant in einen weiteren Landtag eingezogen in Rheinland-Pfalz. Heute war Stefan Wefelscheid, der Landesvorsitzende bei uns und er hat von mir sofort in einer Mappe diesen Gesetzesentwurf zum Lobbyregister mitbekommen. Ich glaube, das ist ein Thema, das bundesweit geregelt werden muss. Die Politik lebt vom Vertrauen der Menschen und sie darf auf gar keinen Fall dieses Vertrauen der Menschen dadurch missbrauchen und enttäuschen, schon gar nicht in der aktuellen Krisenlage, dass in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Für mich lag das als junger Parlamentarier bisher außerhalb meiner Vorstellungskraft und ich hoffe, wir schaffen es gemeinsam, Regularien auf den Weg zu bringen, dass so etwas nie, nie wieder vorkommen kann. Soviel zu deiner Frage mit herzlichen Grüßen nach Ingolstadt und wenn ihr auch eine Frage habt, dann postet die, wie immer, unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche hoffentlich wieder um erfreulichere, um eure Themen, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion Frag Fabian